Hast du ein Dupe zu Dior Forever Glow Foundation? Ja. Hi, ich bin Maxim. Ich teste für euch spannende Produkte aus der Drogerie, damit ihr immer nur die günstigsten, aber die besten Produkte kauft. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe die Dior Forever Glow Foundation. Das ist eine meiner liebsten Foundations. Die sieht toll aus, die hält den ganzen Tag und die hat so einen ganz erwachsenen, zarten Glow. Ist aber ein bisschen teuer und ich kaufe mir lieber, weiß ich nicht, 20 Brote als eine Foundation für 40 Euro. Und deswegen benutze ich ganz gerne den NYX Bare With Me Serum Concealer. So sieht der einmal aus. Das ist eigentlich ein Concealer. Die Textur ist aber fast 1 zu 1 identisch. Der ist recht dickflüssig, aber verteilt hat einen ganz, ganz tollen Look. Und den arbeite ich mir einfach mit einem fluffigen Puderpinsel ein und habe so ein schönes Ergebnis. Ich habe keinen Beautyfilter drauf. Schau dir mal an, wie schön weich gezeichnet die Haut hier ist. Und vor allen Dingen im Vergleich. Macht den Screenshot und folgt mir für mehr Tipps.